Musik Ja, wenn wir hier auf der High-End die großen Highlights vorstellen, dann darf natürlich auch nicht DALI fehlen. Einmal DALI, immer DALI. Ich bin schon ausgerüstet hier von DALI. Aber warum sind wir hier? Nicht wegen der Roten Bändchen-Party, sondern wir sind hier wegen einer Weltpremiere. Und zwar gibt es hier nun die Icon-Reihe. Was es damit auf sich hat, was dahinter steckt und wie die PS auf die Straße kommt, das wollen wir erfahren von dem Experten von DALI, Herrn Hagemann. Schönen guten Tag, Herr Hagemann. Guten Tag, Herr Siebmann. Grüße Sie. Herr Hagemann, hier soll es eine Weltpremiere geben. Worum handelt es sich dabei? Es handelt sich um die neue Icon-Serie. Tatsächlich jetzt schon die zweite Version. Das heißt, bislang war die Icon 1 im Markt für fünf Jahre. Jetzt haben wir die Serie komplett überarbeitet. Die Icon MK2-Serie. Und die Icon MK2-Serie wird hier auf der High-End zum allerersten Mal dem Publikum vorgestellt. Und wir haben sie ja auch schon hier direkt zwischen uns. Das ist der Held. Wenn Sie uns ein klein wenig darüber erzählen könnten. Ja, wir haben hier die kleine Icon 5 MK2, die kleine Standbox dabei. Bei Icon hat sich viel getan. Man sieht es vom Äußeren. Wir waren früher in der Front in Silber gehalten, sind es heute in einem dezenten, eleganten, mattem Schwarz. Aber ich sage mal, das sind die äußeren Werte. Die inneren Werte sind viel entscheidender, denn die machen die Musik. Das hört sich sehr, sehr plausibel an. Was wird dieses Gerät kosten und wann ist Marktauftritt? Wir sind bei 549 Euro das Stück für die kleine Fünfer. Marktauftritt, offizielle Premiere ist hier. Wobei ich dazu sagen muss, wir liefern bereits. Unser Lager ist gut gefüllt. Die Händler haben teilweise die Bock schon vor Ort. Wir sind seit drei Wochen dabei. Also während wir in Ruhe hier auf der High-End über die Weltpremiere reden können, rollen die LKWs in die Stores und man kann die Geräte auch gleich bekommen. Es gibt ja noch mehrere Geräte aus dieser Serie. Wenn Sie uns hier noch mal etwas über den Icon 6 MK2 sagen könnten. Ja, die 6er ist eigentlich die Standardgröße im Lautsprecher-Fußboden-Bereich sozusagen. Wir arbeiten hier mit 6 Zoll-Treibern. Das ist das, was der Normalkunde heute in seinem Haus eigentlich hören möchte. Wie die 5er, wie wir eben gesehen haben, ist eine kleinere Box. Sie ist etwas frauenfreundlicher, sagen wir mal. Der Herr hätte dann doch gerne die 6er. Also wo man Accepted-Faktor liegt dann halt bei der kleineren? Ja, ist etwas höher. Wobei wir natürlich heute den Vorteil haben, wir arbeiten mit einer tollen weißen Hochglanz-Oberfläche, wo die Frau schon auch mal eher bei der 6er sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, das ist die gelebte Erfahrung bei DALI. Hier haben wir noch eine weitere Box aufgebaut. Welche ist dies? Das ist jetzt die kleine. Das ist der kleine Kompakt-Lautsprecher. Toll an der Wand, toll im Regal. Das, was die Icon-Serie auszeichnet bei DALI ist, ist es die Serie, die den Hybrid-Hochtöner erstmalig mit dabei hat. Das heißt, wir arbeiten hier mit Carlotte und Bändchen zusammen. Von dieser Serie aufweist finden wir das bei allen DALI-Produkten. Aber gerade in diesem preislichen Bereich, wo wir uns hier wiederfinden, ist das die Alleinstellung. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich habe ja gerade mal wieder einen Fehler gemacht. Ich gelte ja als der dümmste, anzunehmende Zuschauer. Ich habe Boxen gesagt. Don't call it Boxen. Lautsprecher. Wir reden hier über Lautsprecher. Wie ist der Preis bei diesem Lautsprecher? Wir sind hier bei 349 Euro das Stück, was sicherlich in diesem Preisbereich mit diesen Möglichkeiten, die der Lautsprecher bietet, auch wiederum einzigartig ist. Und das kriegen wir von unseren Kunden und Händlern eben auch immer wieder vermittelt. Noch ein Satz zur High-End hier. Welche Bedeutung hat die High-End für euch? Die High-End ist für uns mittlerweile in Europa die wichtigste Messe geworden. Sie spielt für Deutschland eine gewisse Rolle, aber fast noch viel wesentlicher für den internationalen Handel. Das heißt, unsere Distributoren aus dem europäischen Raum bis hin allerdings nach Asien, Australien, kommen jedes Jahr zur High-End, schauen sich hier um, holen sich die Erfahrungen, die Neuheiten ins Haus sozusagen und schließen demzufolge ihre Geschäfte ab. Also für uns die High-End, ganz klares Bekenntnis, super wichtig. Wenn ich mir jetzt einen DALI-Lautsprecher kaufen möchte, wo wende ich mich da am besten hin? Wir arbeiten über den autorisierten Fachhandel. Es ist ein Produkt, was ich nicht ohne weiteres im Internet oder sonst wo bekomme, sondern der autorisierte Fachhändler berät den Kunden dementsprechend, was seine Möglichkeiten, Räumlichkeiten, Wünsche betrifft und kann dementsprechend aus unseren verschiedenen Produktserien, die wir haben, jeweils das Passende finden. Vielen Dank, Herr Hagemann. Ja, jetzt haben wir wieder vieles Neues gehört und vieles Neues gelernt. Wir haben eine echte Weltneuheit erlebt. Und wir können feststellen, DALI, hohe Qualität, trotzdem günstiger Preis, aber das wird nicht im Internet verschleudert. Das soll bitteschön mit einer guten Beratung geschehen. Folgen Sie uns, wir haben noch eine interessante Innovation für Sie. Frank Siebmann für Digital Lifestyle Magazin live von der High-End 2010 in München.